Was geht ab Freunde? Sascha von Skillgaming TV ist der Video und Herzlich Willkommen zur 50. Folge von Ori's Last Season Wir haben jetzt ein komplettes Barcelona-Team, also ein fast komplettes Barcelona-Team nämlich wir haben auf dem rechten Flügel oder wie man ihn auch genau aussprechen will von Sevilla, weil Barcelona keinen rechten Flügel in der FIFA Ultimate Team hat deswegen wird am Anfang Defoe los spielen und dafür wird dann Dani Alves eingewechselt in der Anfangsphase wenn ich den Ball als erstes bekomme wechsle ich die beiden natürlich aus und im Sturm spielt zuerst Munir heißt er glaube ich, ja genau Munir Silberspieler ebenfalls von Barcelona weil Ori hat nur ein Chemie hat, weil er halt linker Flügel ist und halt nicht bei Barcelona spielt und sonst überhaupt keinen Link hat, deswegen wollen wir erstmal auf volle Chemie kommen und dann werden Dani Alves und Ori eingewechselt und hier ist auch schon unser Gegner für die heutige Episode bräuchte ich ein bisschen länger, weil er noch Änderungen vornehmen muss, keine Ahnung was er da noch macht, er hat eine Bewertung von 79, er hat 100 Chemie und hat ein Skeller-Team Douglas Costa den MS der Silberspieler kenne ich nicht, Calvin hat er da noch auf dem rechten Mittelfeld Ronaldinho, die Legende linker Mittelfeldspieler fängt irgendwie mit A an Arunca oder wie man auch immer aussprechen will keine Ahnung, bin ich mir nicht allzu sicher und in der Endverteidigung hat er noch Rojo oder Rojo und rechter Verteidiger ist Rafael und dann würde ich sagen, springen wir in die erste Zehner, die haben wir in der 40. Minute, da ist Ori auch schon eingewechselt, geht sich ein bisschen rum gegen den Skeller hier, gegen das Skeller-Team kommt ja auch vorbei, aber der Schuss wird abgeblockt und der Keeper lenkt den Ball zur Ecke in der 15. Minute kriegen wir also einen Eckball für die Ecke, kurz aus auf Pedro, mit einer Schussfindung geht er vorbei, bringt die Flanke, Bußkäse mit dem Kopfball, aber das ist leider ein Stück zu hoch deswegen geht er über die Quirlatte, ersten beiden Chance für uns, in der 18. Minute Ori, richtig stark gemacht mit dem Schuss aber wieder ist sein Keeper zur Stelle wir schreiben die 24. Minute schöne Kombination, richtig stark gemacht von Ori, der ist wieder durch, aber wieder ist sein überragender Keeper ich glaube, die Gea hat er da drin auf der Position, hält den Ball und kurz vor der Halbzeit klingelt es bei uns im Tor, der Gegner mit seinem ersten Schuss hat eine Rabona Flanke gemacht, sah richtig nice aus und deswegen steht das 1 1 zu 0, zur Halbzeit ja wie gesagt, er hatte einen Schuss insgesamt, hat einen Ding reingemacht eiskalte Chancenauswertung, vier Schüsse hatten wir, leider kein Tor haben aber auch sogar mehr Ballsitz zweite Hälfte beginnt schon mal für uns eigentlich ganz gut 52. Minute, nämlich Ori geht mit dem Job nach innen, mit der Schussfindung vorbei, jetzt muss er ihn reinmachen aber wieder geht der Ball nicht ins Tor und wieder kann einer von seinen Mannschaftsspielern klären, in der 73. Minute kommt die Flanke nach innen, das Rakitic und er macht endlich das erlösende, in der 74. Minute das 1 zu 1 endlich, also ich bin echt da ist mir echt ein Stein von Herzen gefallen, so kann man das auch sagen dass Rakitic da das Kopfballtor gemacht hat, in der 81. Minute kommen wir hier nochmal über Ori Ori, der wird gefoult aber Schiedsrichter, 5.11 Meter, da wird Dani Alves gefoult und diesmal zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt bei Ori, weiß ich nicht genau ob das genau ein Elfmeter war, aber hier in der Wiederholung nochmal zu sehen da hat der Gegner den Ball nicht berührt und foult Dani Alves im 16. Meter und deswegen haben wir einen Elfmeter bekommen in der 83. Minute kurz vor Ende der Partie kann Ori das Spiel hier entscheiden, das ist jetzt die große Frage, gegen DG er sein richtig guter Keeper da im Tor und Ori macht das in der 84. führen wir jetzt mit 2 zu 1 Spiel gedreht er bleibt einfach eiskalt in der Mitte stehen und Ori netzt oben links aus seiner Sicht ein und das ist jetzt die Führung für uns die wir verteidigen müssen bis zum Ende 84. Minute 2 zu 1 kurz vor Ende der Partie die Nachspielzeit beträgt fast wie immer 5 Minuten in FIFA kriegt der Gegner hier nochmal einen Freischuss aus ja, Spitzenwinkel also direkt weiß man nicht genau aber bei 4 ab 15 sind so eine Freischüsse echt manchmal auch sehr gut weil die Keeper da keine Ahnung immer was machen weil die die Bälle einfach ins eigene Tor lenken Bravo steht da gegen Ronaldinho der hat kaum noch Ausdauer aber die Freischüsse die kann er gut treten er trete den direkt aber der Ball geht über den Kasten und somit gewinnen wir mit 2 zu 1 nach 1 zu 0 Rückstand gewinnen wir das Spiel noch mit 2 zu 1 die Tore haben Rakitic per Kopf erzielt und Thierry Ori mit den Elfmetern den Dani Alves rausgeholt hat 45. Minute Ronaldinho 74. Rakitic 84. Ori Man of the Match wurde Rakitic Leider Bravo wäre es Ori geworden hätten wir noch 9 Spieler dazu bekommen somit gibt es erstmal nur einen und das wird natürlich der Torwart sein für Bravo kommt jetzt ein neuer Spieler nämlich von einem neuen Verein hinzu nämlich von Arsenal Czesny ungefähr spricht man glaube ich so aus ich bin mir nicht ganz so sicher aber ungefähr müsste das eigentlich richtig sein echt komplizierter Vorname und Nachname somit haben wir einen neuen Keeper und der erste Spieler von Arsenal also fehlen uns jetzt nur noch 10 Spieler oder 9 Spieler eher gesagt man darf ja Ori nicht vergessen der ist ja eigentlich Stammspieler oder ist Stammspieler also fehlen uns noch 9 Arsenal Spieler und das ist jetzt glaube ich die 5. Episode also wird es noch bestimmt 8, 9 bis zur 8. 9. Folge also vielleicht kriegen wir die 10 Jahre nach vorher mal sehen ich würde mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder haut rein macht es gut und ciao bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video